Hallo Ghosts, ich bin Tech, Delta Company, Mission Intel. Ghost Recon Breakpoint hatte einen verdammt schweren Start. Es wurde anfangs direkt von der Presse zerrissen und wird weiterhin tief in den Boden gestampft und viele sind immer noch sehr, sehr skeptisch, wie es mit der Reihe weitergeht. Ich war anfangs auch sehr skeptisch gewesen. Als damals auf der E3 die ersten Bilder gezeigt wurden, dachte ich mir, oh, das wird bestimmt gut und als dann weitere Infos gekommen sind, wurde die Skepsis immer größer. Ich habe mich dann auch erstmal von dem Spiel ein bisschen distanziert und gedacht, na, wir warten erstmal ab. Ich glaube nicht, dass es genau den Weg geht, mit dem ich irgendwie d'accord gehen kann. Das lag daran, dass Sachen implementiert wurden oder Änderungen gemacht werden sollten am Spiel, die sich weit von der Ghost Recon Reihe entfernen. Ich bin aber mal tief in mich gekehrt, habe ein bisschen drüber nachgedacht und mir überlegt, entfernt es sich wirklich so weit oder ist es wirklich eine Änderung, die das ganze Franchise irgendwie anders darstellt? Und ich muss sagen, ich bin auf den Faktor Nein gekommen. Weil wenn wir jetzt mal vergleichen, wie Ghost Recon sich die letzten Jahre entwickelt hat, ist immer eine Änderung zu sehen. Ob das jetzt Gameplay-technisch ist, ob das von der Technologie her so ist, oder wenn man sogar mal die Perspektive betrachtet, wie man seinen Charakter spielt. Gehen wir mal ganz weit zurück ins Jahr 2001. Ghost Recon ist rausgekommen und, ach, ich war da noch ziemlich jung, habe das sehr intensiv mit einem ehemaligen Klassenkameraden gespielt. Und das war alles anders, als es heute sogar ist. Das war anders als in den nachfolgenden Teilen. Man hatte die First-Person-Perspektive, hat einen Trupp gehabt, den man steuern konnte, das bis vor kurzem noch ging, sagen wir mal bis Ghost Recon Wildlands, aber in Ghost Recon Breakpoint ja wieder zurückkommen soll. Und man hat nicht mal eine Waffe gesehen, was heutzutage in den meisten First-Person-Shootern ja ein Nonplus-Ultra ist. Man muss ja sehen, welche Waffe man gerade in der Hand hat. Doch dann kamen viele weitere Veränderungen. Gehen wir einfach mal weiter zur nächstgrößeren Hürde, beziehungsweise zur nächstgrößeren Ebene. Und das war Advanced Warfighter. Klar waren da noch andere Teile zwischendrin, über verschiedene Plattformen und verschiedene Mechaniken und Gameplay-Ideen wurden ausprobiert. Aber das war einer, der mich am meisten inspiriert hat. Und da habe ich sowohl den ersten und den zweiten Teil auch intensivst im PvP gespielt gehabt. Das heißt, wir haben hier schon zwei massive Änderungen, allein was das Spielgefühl angeht. Wir sind von der First-Person ohne Waffe zur First-Person mit Waffe zur Third-Person-First-Person. Man konnte immer hin- und herschalten bei Advanced Warfighter, aber trotzdem war es eine massive Veränderung. Auch technologisch gesehen, was die militärische Kriegsführung angeht. Wir hatten da schon etwas abgehobenere Dinge, wo wir heute aber gar nicht so weit entfernt sind von der Militärtechnologie. Und wenn wir uns die Zeit von Advanced Warfighter mal anschauen, sind das alles Dinge, die vielleicht noch nicht unbedingt möglich waren, aber die definitiv schon in einigen Testphasen, gerade was die Militärtechnologie angeht, ausprobiert wurde. Und später sogar im Feld umgesetzt. Früher war das unglaublich absurd zu sagen, dass irgendwann mal Drohnen oder überhaupt, dass es Drohnen geben sollte und dass die sogar irgendwie mal eingesetzt werden, was wir in Ghost Recon Future Soldier ja ständig irgendwie gemacht haben und sich bis heute in die aktuellen Teile über Wildlands bis hin zu Breakpoint zu einem ganz normalen Standard implementiert haben. Das ist genau wie die Erkennung von Gesichtern, die Erkennung von Strukturen bzw. auch von Menschen, von Bewegungen. Das sind alles Dinge, die nicht besonders absurd sind, weil sie schon in der aktuellen Zeit technologisch genutzt werden. Deswegen ist es, glaube ich, nicht absurd zu sagen, dass wir irgendwann später in der Zukunft wirklich noch viel mehr Drohnen haben, die vielleicht dann auch so eingesetzt werden, wie wir sie in Ghost Recon Breakpoint sehen. Das ist aber nicht unbedingt der größte Faktor daran, sondern es sind viele Dinge geändert worden bei Breakpoint, die ich nachvollziehen kann, die nicht unbedingt für die meisten Leute interessant waren, gerade wenn sie die älteren Teile gespielt haben. Hiermit möchte ich auch nicht sagen, dass jemand, der die ganz alten Teile nicht gespielt hat, da kein Mitspracherecht hat. Das sehe ich als falsch an. Viele sehen das so und denken natürlich, wir müssten auf die ganz alten Veteranen hören. Aber wenn wir das müssten, bzw. wenn Ubisoft genau den Weg gehen sollte, dann müssten wir wirklich ganz weit zurückgehen zu Ghost Recon 1 und 2. Ob das heutzutage noch genau so wäre, wie wir es damals hatten, bezweifle ich. Weil es ist, glaube ich, ein großer Nostalgie wert, der bei vielen Leuten mitschwingt. Und wenn wir ein Spiel genau wieder in diese Richtung machen, dann würden die Ersten, glaube ich, auch aus ihren Löchern kommen und sagen, okay, wir haben hier ein Copy-Paste-System. Deswegen kann ich verstehen, dass Ubisoft verschiedene Wege geht, um ein Spiel natürlich interessanter zu machen. Dennoch ist wieder meine Skepsis da. Ob sich ein Spiel genau in dieser Form, wie es sich jetzt gerade behauptet, auch weiterhin behaupten kann. Wobei ich sagen muss, behaupten tut sich es ja im Moment eher weniger, weil die Hass-Community doch größer ist. Und das Spiel trotz den massiven Änderungen und den Eingaben auch, die von der Spielerschaft gekommen sind, die wirklich auch zur Änderung gekommen sind, trotzdem nicht wirklich angenommen werden. Jetzt stehen wir aber kurz davor, einen ganz neuen Release zu bekommen. Und zwar die Ghost Experience. Da wird es den Immersive Mode geben. Das ist ein Modus, der von vielen Leuten gewünscht wurde. Und ich gehöre auch dazu. Ja, es ist ein Modus, den ich vermisst habe, weil es genau das war, was Ghost Recon zum größten Teil ausgemacht hat. Eine sehr authentische Situation mit authentischen Waffensystemen und halt auch authentischen Möglichkeiten, das zu spielen. Mit dem ganzen Loot-System und Gearscore ist das natürlich weiter entfernt von Ghost Recon, wie es jemals war. Aber es ist etwas, was in die moderne Zeit passt. Und da meine ich jetzt nicht die Kriegstechnologie oder die Militärtechnologie, sondern das Spielerische. Viele Leute wollen ein Service Game haben. Viele sind interessiert an Spielen mit Rollenspielelementen beziehungsweise mit Loot-Elementen oder wie man heute so gern sagt, mit Loot-Shooter-Elementen. Die Spiele sind sehr erfolgreich. Es gibt Möglichkeiten, sehr erfolgreich zu sein. Entweder man macht ein Battle Royale-Spiel, was auch nicht unbedingt clever gewesen wäre. Wie wir ja gesehen haben, ist der Mercenary-Modus in Ghost Recon Wildlands nicht so gut angekommen, wie es sich Ubisoft vielleicht gedacht hat. Dementsprechend wurden viele Änderungen vorgenommen. Aber es gibt, wie gesagt, noch den anderen Weg. Und zwar, wenn man ein Service Game macht, das Langzeit motiviert. Und in der heutigen Zeit ist es einfach so, dass die Loot-Spirale und der, ja, wie soll ich es vernünftig ausdrücken? Doch, wir sagen einfach, die Loot-Spirale doch sehr gut angenommen wird, wenn sie auf einem vernünftigen Weg läuft. Und die Verfeinerung des Charakters ist für viele Leute auch eine Art Identifikation. Und da meine ich jetzt nicht nur, dass er individuelle Klamotten anziehen kann, sondern wirklich darauf zu schauen, wie sind Werte, wie sind Möglichkeiten. Und eines der erfolgreichsten Spiele von Ubisoft ist halt auch The Division. Es wird sehr gut angenommen und die Leute wollen da auch gerne auf eine gewisse Weise ihre Sachen verfeinern. Da wurden jetzt auch viele Änderungen gemacht, in eine richtige Richtung. Aber das soll jetzt hier auch nicht das Thema sein. Dennoch verstehe ich halt einfach, dass dieser klassische Modus, die klassische Art, Ghost Recon zu spielen, verloren gegangen ist. Aber das wird wieder zurückgeholt oder wird jetzt zurückgeholt und das auf einer Ebene, wie sie auch noch nicht wirklich da gewesen war. Sie soll wesentlich realistischer und wesentlich immersiver sein. Deswegen auch die Namensgebung Immersive Mode. Deswegen versucht einfach mal ein bisschen vorausschauender zu sein, auch zu schauen und zu sagen, das Feedback, das ich gebe, möchte ich jetzt auch damit die Entwicklung einfach verbessern. Viele sind da aber auch in einem Modus drin, wo ich sage, es ist schwierig. Wenn Feedback gegeben wird, wird dieses Feedback nicht als angenommen angesehen, weil keine persönliche Antwort zurückkommt. Da möchte ich euch aber versichern, gerade als Teil der Delta-Kompanie, wir bekommen auch nicht immer Feedback. Wenn ich was einreiche, irgendwas sage, dann wird das zur Kenntnis genommen, aber auch nicht immer genau darauf geantwortet, von wegen vielen Dank, dass das jetzt gemacht wurde. Ich sehe aber, dass dieses Feedback ankommt, wenn ich mir die Patchnodes, die Änderungen und jetzt sogar das Einleiten des Immersive Mode sehe. Das ist das, was viele nämlich auch nicht wissen. Es wurde nämlich bis vor kurzem noch daran gearbeitet, den nächsten Raid rauszumachen. Aber aufgrund der Wünsche der Community, der Veränderungen des Spielsystems, wurde das erstmal zur Seite gelegt. Der Immersive Mode wurde von der Community so sehr herbeigewünscht, dass in der laufenden Entwicklung oder im laufenden Service dieser jetzt noch mit eingebaut wurde, obwohl der auch nicht wirklich von Anfang an angedacht war, sondern wirklich auf Wunsch der Community gemacht wurde. Und das ist ein Zeichen oder sollte für viele ein Zeichen sein, dass Ubisoft doch darauf hört, was die Community wünscht. Ich möchte das nicht alles schönreden. Es gibt viele Dinge, wo es noch hakt, wo ich mir sage, okay, das muss dringend behoben werden, gerade was Bugs angeht. Aber ich bin mir sicher, sie arbeiten daran. Im letzten großen Update wurden einiges an Bugs da beseitigt. Vieles, was durch die Community gemeldet wurde, wurde auf Wunsch halt einfach auch so implementiert oder umgesetzt. Und ich denke, das wird auch weiterhin so sein. Deswegen bleibt daran und schickt euer Feedback ein. Redet mit den Leuten und tauscht euch aus, weil man hat die Möglichkeit, ein Teil davon zu sein. Und gerade bei Ghost Recon Breakpoint sehen wir jetzt, dass auch große Entwicklerstudios gewillt sind, auf die Community einzugehen und Wünsche auch so umzusetzen. Und da kommen wir auch nicht weiter, wenn wir ständig darüber unseren Hass ablassen. Ja, ich bin auch kein Kind von Traurigkeit. Ich habe früher auch sehr viel kritisiert, bin aber ruhiger geworden, weil ich Einblicke bekommen habe, die mich das Ganze ein bisschen besser verstehen lassen. Viele wollen sehr schnell ein Produkt haben, wollen auch schnell, dass Content nachgeschoben wird, vergessen aber, dass dafür halt Menschen arbeiten müssen, dass da hinten dran Menschen sitzen, die sehr viel Zeit damit verbringen. Und ich möchte auch nicht sagen, dass hier draußen Leute sind, die wenig arbeiten beziehungsweise es nicht wissen, was es bedeutet, Überstunden zu machen. Aber man vergisst es ganz gerne, wenn es um den eigenen Spaß geht. Und ja, ich kann es verstehen. Und ich kann es auch verstehen, wenn man sagt, man kann, man findet darin keinen Spaß mehr, macht gefälligst eure Arbeit. Ich kann versichern, sie machen ihre Arbeit und die machen sie auch verdammt gut. Und sie stehen auch im Moment unter sehr großem Druck. Und wir alle waren unter sehr großem Druck gestanden. Und gerade wenn jeder mit dem Finger auf einen zeigt, ist es immer schwierig, sich da irgendwie konzentriert an die Arbeit zu setzen. Vor allem, wenn ständig immer jemand hinten dran sitzt und einem dengelt und sagt, mach jetzt, mach jetzt, mach jetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das auch nicht gut finden würdet. Ich würde es auch nicht gut finden, wenn mein Chef ständig hinter mir stehen würde. Und in dem Moment sitzt aber auch der Chef da hinten dran auf Druck der Community. Und ständig sagt, das muss, das muss, das muss. Das kann auch sehr zermürbend sein, sehr stressig und massivst an die Substanz gehen. Und gerade auch, weil viele dieser Mitarbeiter in Social Media unterwegs sind, kann das natürlich auch mal recht schnell persönlich werden beziehungsweise persönlich aufgenommen werden, wenn gewisse Hasstharaden gesprochen werden. Deswegen, schaut einfach mal ein bisschen vernünftiger in die Zukunft. Versucht einfach, euer Leben ein bisschen runterzuregeln, was das angeht. und einfach zu schauen und es ein bisschen gelassener anzugehen. Es wird daran gearbeitet. Man sieht die Veränderung. Man sieht, es wird darauf eingegangen, dass das nicht von heute auf morgen passieren kann und dass Termine auch mal verschoben werden müssen. Das sollte auch vernünftig sein. Versucht es alles immer auf euer Leben zu projizieren. Es gab für euch auch schon mal Möglichkeiten oder Situationen, wo ihr gesagt habt, ich muss einen Termin verschieben, weil ich es nicht schaffe. Ich schaffe das zeitlich gerade nicht. Es funktioniert nicht. Ich muss es verschieben. Die Deadline ist zwar gesetzt, aber es muss verschoben werden. Und so passiert es hier halt auch. Wir haben alle ein Produkt gekauft. Wir haben alle Anspruch darauf, in Anführungsstrichen, dass dieses Produkt auch vernünftig läuft. Aber wir sind hier nicht an einem Punkt, wo wir irgendwie mehrere Tausende, Zehntausende, Zwanzigtausende Euro investiert haben und jetzt einfach Leistung verlangen können. Klar, es ist schwierig zur heutigen Zeit. Man kauft ein Spiel, gerade weil was von früher gewöhnt war und das Produkt funktioniert nicht 100%. Man muss aber auch immer so sehen, die letzten 20 Jahre hat sich sehr viel getan. Die Community hat sich geändert, die Technologie, die Ansprüche von den Spielern wurde viel höher. und das macht das Ganze sehr kompliziert. Vor allem, weil halt auch verlangt wird, dass schnell immer was nachkommt und am besten kostenlos. Wo ich beim nächsten Punkt wäre, wenn ein Spiel ein Jahr lang läuft, ich ein Jahr lang Spaß daran habe und vielleicht 50, 60 Euro bezahlt habe und anschließend der Content dann auf einmal Geld kostet, ist es vernünftig. Das ist normal. Ihr wollt ja auch nicht auf ein Jahr vorausbezahlt werden und die nächsten Jahre dann dafür kostenlos arbeiten. Das ist ein System, was nicht funktioniert. Da sind Leute dahinter, die müssen bezahlt werden. Ich kann nicht verlangen, dass ein Spiel, was 59 Euro kostet, über 10 Jahre weiterhin kostenlos weiter finanziert werden kann, ohne dass andere Kosten eingeholt werden. Das sind ganz einfache Schritte, die man sich mal überlegen sollte, indem man sich fünf Minuten hinsetzt und darüber sich Gedanken macht. Ich weiß, dass sich jetzt viele persönlich angegriffen fühlen, was heutzutage auch sehr schnell in der aktuellen Gesellschaft passiert. Es soll aber kein Angriff sein. Ich will auch nichts verteidigen, auch wenn es sich so anhört. Ich will einfach nur meine Perspektive euch präsentieren, warum ich das alles so gelassen sehe, warum ich darin Potenzial sehe und warum ich im Endeffekt auch meine Meinungen generell, was das alles angeht, geändert habe. Weil es gibt so viele andere wichtige Dinge im Leben, über die man sich Gedanken machen sollte, als über die Sachen, die in einem Spiel stattfinden. Es ist ein Hobby und ein Hobby darf auch mal ein bisschen intensiver sein. Und man darf sich auch mal ärgern dürfen. Aber der Unterschied zwischen sich mal ärgern und Hass ins Internet zu blasen ist mittlerweile ein sehr schmaler Grad. Und da bitte ich euch wirklich, überschreitet den nicht. Das ist es nicht wert. Das macht euch vielleicht in der Hinsicht, könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr Dampf ablassen, aber da gibt es andere Möglichkeiten. Und es gibt auch eine Menge andere Spiele, die man spielen kann, währenddessen man vielleicht darauf wartet, bis neue Content irgendwo geliefert wird. Ich wünsche euch noch viel Spaß in Ghost Recon Breakpoint oder auch in irgendeinem anderen Spiel und melde mich ab.